Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Pokemon Go Video. Und zwar war ja gestern der Kind vorm Community Day. Und ich habe auf jeden Fall zwei Scheidings bekommen. Ich habe halt jetzt nicht die ganze Zeit nur gefangen, sondern auch mit dem Kumpel die Stadt gelaufen, den ich jetzt nicht so jeden Tag sehen kann. Also der wohnt halt in einem anderen Bundesland mehrere tausende Kilometer weg. Also hier habe ich eben ein bisschen Zeit mit ihm verbracht und er ist nicht die ganze Zeit jetzt gefangen und so weiter. Ich habe auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich glaube wie Bombenhocks es jetzt waren. Ich glaube was mit 300 oder sowas waren das, ich weiß nicht so viel. Ich habe ja wie gesagt, er ist nicht die ganze Zeit gefangen. Ja, zwei Scheidings, auf jeden Fall ein 98er und glaube ich auch ein Kind vor mit ca. 87-89%. Aber das war halt eben fast Next WP, darum habe ich es auch entwickelt. Das hat ja so schon fast 1000 WP gehabt, also habe ich es dann eben durchentwickelt, weil ich auch einigermaßen gut EV hatte. Darum, ja, finde ich, dass es sich ziemlich gelohnt hat, das nochmal zum Bruder Lander zu entwickeln. Also, ja, das hat sich für mich schon gelohnt. Und Leute, ihr habt ja gerade gesehen, bei dem Shady Kind Worm, da bin ich auswesend auf die Kamera gekommen. Das ist ja gar nicht mit Absicht. Da, ähm, ja, da kam das tägliche Farb-Igel, sehr nice auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall ist lustig bei einem Shiny, ähm, Kind vom Farb-Igel, gleich als allererster Versuch des Tages. Naja, auf jeden Fall die Ausbeute, ähm, zwei Shinys, sehr kleine gute EV. Ein 98er und ein, ähm, ungefähr 87 bis 89er hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Ähm, Shinys hätte ein bisschen mehr sein können, aber naja, ist das nicht so schlimm auf jeden Fall. Und, ja, hätte schlechter laufen können. So, Leute, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz nochmal meine, ähm, entwickelten, ähm, Bruder Lander. So, da habe ich nochmal easy hoch in Radfass gefangen. Okay, das ist natürlich nicht die Hauptsache des Videos jetzt noch am Ende. So, okay, so, hier ist dieses eine jetzt hier, das mit, ähm, 82 Spitzeln das nur gehabt. Das ist halt ziemlich wenig, ich dachte, das ist so 87 bis 89 oder sowas. Hä? Okay, aber Angriff 14, hm, naja, äh, ist gerade noch so in Ordnung. 3259. Also, wenn ihr jetzt gewusst hattet, dass es nur 82% hat, das, dann, ähm, hätte ich das dann nicht entwickelt, aber jetzt ist es auch egal, so. Fast 3-3, okay. So, dann das 98er. Ist eine Arena noch drin? Ähm, nee, das war das andere, das war das andere, das ich da vorher noch hatte, das mit Draco Meteor. So. Das zweite, äh, zweite 98er, das muss hier auch irgendwo sein. Oh, einfach mal Router-Lander eingeben. Lander? Ähm, das sollte jetzt das hier sein, genau. 98%, sogar Angriff 15. Das hab ich doch ganz klar bekommen, richtig geil. Drachenrouter-Wutanfall. So. Bewertung, ihr wisst ja auch, was man sehen kann am Video, ob ihr es wegschneidet oder nicht. Wahrscheinlich, äh, könnt ihr das sehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich seht ihr das. So, wirklich atemberaubendes Exemplar. KP-Wert. Und Angriffswert ist genauso gut. Und seine Werte sind so hoch, dass ich sie gar nicht berechnen kann. So. Unglaublich, okay. So. Gut. Und das werde ich dann irgendwann auch wechseln, wenn ich dann genug Bonbons hab und auch genug Sternenstoff. Wie ihr seht, hab ich hier mal 6.000 Sternenstoff, das ist gar nicht gut. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall hab ich jetzt zwei 98er, ein Shiny noch entwickelt hier mit niemal 1.500 RP, naja. Oder noch ein 93er und ein Fastmax mit 82% und Angriff 14. Naja, es passt auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall besser als nichts, auf jeden Fall. Und Leute, ich glaub, das war's noch ein bisschen klein. Pokemon Go Video und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Christian.